Warum können manche Menschen tun und lassen, was sie wollen? Alles haben, was sie wollen. Und manche Menschen eben nicht. Du musst immer an dich glauben. Egal, was passiert. Ein erfülltes Leben hat nichts mit materiellem Wohlstand zu tun. Es kommt aus dir selbst, von deinem Herzen. Hallo? Hallo, Evelyn Flynn. Ich hab auf dich gewartet. Wo bin ich hier? Das ist die Welt von Albion. Liebe Aevi, das Volk der Denan braucht deine Hilfe. Irgendetwas passiert hier gerade leer. Ich weiß es. Unser Verpflegungssoldat. Etwas wendet sich gegen uns. Wer könnte so etwas tun? Ahriman! Ihr sollt ihr kleines Herz bekommen, Mylar. Die Verzauberung der Grenze kann nur aufgehoben werden, wenn beide Blutlinien dem Beenden des Vertrages zustimmen. Du bist alles für mich. Alles, was ich mir je erträumte, hat sich durch dich erfüllt, Aevi. Sie ist tapfer, selbstlos und hat einen verhängnisvollen Glauben. Und heute Nacht wird dir das zum Verhängnis. Wunderschön.